Gehörst du auch zu den Menschen, die Angst davor, frei zu reden vor Publikum? Für viele Menschen ist das die größte Angst, die sie überhaupt haben. Sie würden lieber im Boden versinken, als sich vor ein Publikum zu stellen und dort eine Rede zu halten. Und ich weiß, dass die Angst davor sogar körperliche Beschwerden verursachen kann. Und das Gleiche gilt natürlich für Videos, weil viele Menschen im Kopf haben, diese Videos sind dann für jeden sichtbar. Und wie peinlich könnte das denn sein, wenn das nicht super ist oder perfekt ist? Viele Frauen haben ja auch den Perfektionismus Anspruch. Und genau dazu möchte ich dir heute Empfehlungen geben, wie du diese Redeangst überwinden kannst. Ich bin Sabine Schmelzer und ich bin Video Expertin. Abonniere meinen Kanal hier und klick auf die Glocke, damit du auch auf zukünftige Videos hingewiesen wirst. Denn hier geht alles um das Thema Video Marketing für dein Online Business. Diese Redeangst, wie kannst du sie überwinden? Ich möchte dir die Geschichte erzählen von einer Teilnehmerin aus einem meiner früheren Kurse. Ich habe Empowerment Trainings für Frauen gegeben über viele Jahre und ein Teil davon war, eine kurze fünf Minuten Rede zu halten vor den anderen Teilnehmerinnen. Und ich habe mich immer gewundert, warum ich am zweiten Tag Nachrichten bekommen habe, am Morgen, ich habe Migräne, ich kann heute nicht kommen. Und bei mir hat es erst Klick gemacht, als eine Teilnehmerin ihre Rede gehalten hatte. Sie saß den ganzen Morgen am zweiten Tag sehr still auf ihrem Platz und sie, man konnte ansehen, dass sie sich sehr unwohl gefühlt hat und dass es ihr nicht gut ging. Und sie hat sich auch nicht freiwillig gemeldet, diese Rede zu halten, sondern sie war die Letzte, die dran kam und nachdem sie ihre Rede gehalten hat, ging sie wieder zurück auf ihren Platz, setzte sich und sagte, so, jetzt sind meine Bauchschmerzen endlich weg. Und sie hat uns gestanden, dass sie die ganze Nacht nicht schlafen konnte und dass sie den ganzen Morgen schon Bauchschmerzen hatte aus Angst vor dieser Rede. Und von daher weiß ich, wie es manchen Menschen geht, wenn sie nur daran denken, frei zu reden. Ja, was hat ihr geholfen, diese Redeangst zu überwinden? Es war das Feedback, was sie dann bekommen hat zu ihrer Rede. Denn es war deutlich besser, als sie selber von sich gedacht hat. Sie hatte eine gute Struktur, sie hatte einen guten Inhalt, sie hat sich wirklich Gedanken gemacht darüber, wie sie das sagt und wie sie rüberkommt und wie sie war deutlich besser, als sie von sich selbst geglaubt hat. Und danach hat sie gesagt, okay, jetzt weiß ich, ich bin besser, als ich von mir selber glaube. Das ist leider dieser Perfektionismusanspruch, den wir haben. Und ich werde jetzt Gelegenheiten suchen, bei denen ich das freie Reden üben kann. Und genauso ist es bei vielen meiner Kundinnen, wenn ich das erste Video von ihnen sehe, dann schaue ich natürlich auch auf die Dinge, die schon gut sind und nicht nur auf die Kleinigkeiten, die vielleicht noch nicht so gut funktionieren. Wir selber sind mit uns ja sehr viel kritischer als andere uns sehen. Und deine Videos müssen nicht von Anfang an perfekt sein, sondern du darfst authentisch rüberkommen. Du darfst dich auch mal versprechen oder eine Pause machen. Und deshalb meine Empfehlung für dich, wenn du anfängst mit Videos. Dein Video, nimm es erst mal auf und zeig es jemand anderem und hol dir Feedback von dieser Person. Und du kannst dich auch bei mir melden, wenn du Unterstützung brauchst. Hol dir aber Feedback von einer Person, die sich auskennt mit Videos im Online Business. Nicht jemand, der dich vergleicht mit einem Fernsehmoderator. Denn das ist ein Niveau, da wollen wir gar nicht hin. Also hol dir konstruktives Feedback von jemandem, der auch regelmäßig solche Videos schaut und der dir dann wirklich sagen kann, was gut ist an deinem Video und was du vielleicht noch verbessern könntest. Ich habe dazu übrigens früher ein Video gemacht, wie dir Feedback helfen kann. Das verlinke ich gerne hier oben. Ja, und mit diesem Feedback verbessere dich dann und lade es hoch, entweder auf Facebook oder auch auf LinkedIn. Du musst nicht gleich auf YouTube gehen, denn bei Facebook und LinkedIn verschwindet es einfach in der Timeline irgendwann. Hier in YouTube bleiben deine Videos ja länger stehen. Und das ist auch gut so, weil du dann auch in drei, vier oder fünf Jahren noch gefunden wirst. Bei Facebook verschwindet das einfach in der Timeline. Und ein wichtiger Tipp, den ich dir noch geben möchte, gerade wenn es um Live-Videos geht und du sagst, ich möchte jetzt endlich auch live gehen. Du darfst dein Live-Video auch wieder löschen. Falls es nicht gut geworden ist, falls die Qualität, die Streaming-Qualität nicht gut ist oder ein großer Patzer passiert ist, dann ist es auch erlaubt, dass das Ganze wieder zu löschen. Du musst es nicht stehen lassen. Mir ist dasselbe auch schon passiert. Wenn die Streaming-Qualität nicht gut war, habe ich es einfach wieder gelöscht und neu gemacht. Das ist das Gute an Videos. Du kannst sie auch wieder entfernen, neu machen, anders machen, verbessern. Denn ich bin sicher, dass auch du das lernen kannst. Und das sehe ich gerade bei meinen Kundinnen. Mit jedem Video werden sie besser und sicherer vor der Kamera. Und das ist genau das, was dir hilft. Es ist wie ein Sport. Man kann das nicht von Anfang an, sondern im Laufe der Zeit wird man besser. Deshalb möchte ich dir Mut machen, fang an mit Videos. Und wenn du mehr solcher Tipps haben möchtest, abonniere meinen Kanal und klick auch auf die Glocke, damit du informiert wirst über neue Videos. Jede Woche gibt es hier ein neues und ich freue mich, wenn ich dir helfen kann, in Zukunft mehr Sichtbarkeit mit Videos zu bekommen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Sabine. Und dann cleanser Ay», bis zum nächsten Mal.